Man hört ja immer mal wieder, dass Kaffee dem Körper Wasser entzieht und deswegen nicht positiv in die Flüssigkeitsbilanz mit einberechnet werden darf. Das hat man lange geglaubt, aber inzwischen weiß man es besser. Richtig ist, dass Kaffee in der Tat die Filterfunktion der Nieren anregt. Das heißt, es wirkt harntreibend, was sicher viele von euch auch schon mal bemerkt haben. In der Summe ist es also so, dass Kaffee dem Körper kein Wasser entzieht und deswegen positiv in die Bilanz einberechnet werden kann. Und in südlichen Ländern gibt es ja ganz oft ein Glas Wasser dazu und ich habe früher auch gedacht, das ist, um den Flüssigkeitshaushalt wieder auszugleichen. Dazu ist es aber nicht. Das ist, um die Geschmacksknospen zu sensibilisieren für den nächsten leckeren Schluck Kaffee.